Hallo, ich mach das nur ungern. Ich habe Frontiers... Ich habe Frontiers gesehen. Bis gestern war ich ein Horror-Fan. Ich konnte alle schauen. Saw, Hostel, Texas Chainsaw Massaker, alles kein Problem. Und gestern habe ich den schrecklichen Fehler begangen und mir diesen Film angeschaut. Ich habe immer noch Angst, Schauerangst, unbeschreiblich. Alle anderen Filme lächerlich, lächerlich gegen Frontiers. Ich möchte nur, es fällt mir schwer das Revue zu sprechen, aber ich möchte nur eine Warnung aussprechen. Wenn ihr diesen Film irgendwo seht oder so, seht ihn euch nicht an. Bitte, eindringliche Warnung. Schaut ihn euch nicht an. Ich weiß nicht, ich werde, ob ich... Ich habe keine Ahnung, ob ich nochmal ein Review sprechen werde. Ich glaube, ich schaff das nicht mehr. Also, meine Warnung. Bitte, einen weiten Bogen um diesen Film. Auf keinen Fall anschauen. Auf keinen Fall. Ab dann. Dann. Vielen Dank.